durch 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 von hinten kommt er ja keiner aufpasst hier alter so random auf den hinten ja vorsichtig und dann ruhe wenn er defuser ist hoffentlich hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu einer weiteren gepflichten runde let's play godstrike global offensive mit dabei der gute maske die maske und marschall hallo hallo heute gibt es ein matchmaking auf der wunderbaren map cage wir haben ein bisschen was gut zu machen die letzten drei matchmakings waren ja eher semi geil muss ich sagen ich hoffe dass dieses mal die ganze nummer ein bisschen besser läuft oh yeah oh gott die letzte die hoffnung schirbt ja bekanntlich zuletzt gut was war als erstes werden das bämmchen ja ich nicht gg das krepp maske ist afk nein wäre ja noch schöner jetzt hier es war ja wieder klar dass wir es hier mit dem kleinen russischen drecksbalg zu tun haben dass die fresse nicht herkommt ja komm herr du lappen hallo hallo das war irgendwie nice das was ich gerade abgeliefert habe auch so hier ist clear dann gehen wir mal da hoch ja sind ja nur noch drei arschlöcher am leben liebe freunde und einer ist wahrscheinlich k einer kommt von hinten von den von der türe auf das war das 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 besser good job guys nein haha du bist tot ich nicht haha ich hab kein dev angerechnet bekommen nö durch bomben kill ich hab's auch nicht also du kriegst da kein dev angerichtet sooo solida 1 zu 0 easy peasy bis jetzt sorry ja alles gut wir wissen ja kommt das weg die smoke war scheiße warum alter wenn trau meiner nice wuhuhuhuhu alter klingeling der eiermann ist da los jungs hast du planten los hart am gönn ich bleibe hier beim entrance i'm planted aaaah meh ventrum auffassen yes marshal marshal wieso 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 2-0 sooo kann's laufen liebe Freunde soo kann's laufen sooo kann's laufen haaaah so was machen wir ah ich hab das bäbische geil ja ja wo 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 als blockieren ja ich kann sowas auch nicht in der aufnahme gebrauchen ganz ehrlich also ich wiederhole alle russen sind scheiße kann ich so weniger als dreck wert kannst du so pauschal nicht sagen die russen hier bei csk und diese wusste aber das kannst du ja nicht auf die komplette bevölkerungsgruppe ausmachen so sehe ich das auch hier ja gut maske leben sie noch ja gut so das problem ist natürlich dadurch dass sie jetzt bei mir gemutet sind habe ich keine Kreuz von denen ich sag's ja wenn sie was dem volles kochen ja ja gut kann ich mal einer gleich in der Mitte boosten ja nicht machen nice one ich habe dir noch eine smoke über die Glatze oh meine smoke ist so schön alter meine smoke ist ja wohl ein Stückchen zucker da was könnte ja ich hasse sowas ey ganz ehrlich warum zum fick warum achtet da keiner drauf null nada okay alles klar komm mal ich mein schatz glücklich acker ausgepackt auf geht's also jetzt gibt es aufs maul ey jetzt gibt es einen anständigen cocksnap so sieht so aus weg jetzt sag ich wieder einer von hinten kommt so wie ich finde ich schnell in den rasten schau ja geil und die bombe liegt dann noch oder was ich bin weg was macht dir das freundliche rüsse dort ich bin weg ich bin weg ich bin weg hat er nicht mal angezählt auch bitte ja schade eine sekunde eher und wir hätten noch ein bisschen besser weil wegen bombe und so ne ja ich bin weg ich bin weg ich bin weg also bisher sieht auch wer war das wer wäld du wäld du wäld du russki du wäld ich bin weg das jetzt du wäld ich bin weg du wäld Pfff, haschle Durch die Main Aufpassen Oder Nee Pass ein bisschen auf da Marschall Marschall Ja Aufpassen Haut ab Haut ab Okay Alles klar Gutes Ding ey Gutes Ding So Aber mit der AK Das hat doch echt geil Funktionieren muss ich sagen Nee Keiner hat Bock Auf die Bombe hat Leider Oh Tschui Ich hab Mitte Welcher Idiot Macht so ne Scheiße Drei Leute K Drei K Hotel Ruski Hotel Ruski hängt natürlich wieder Mein Gott Bitte Left Einen auf denen Hat dich nicht gesehen Alter Nice Maske ist wieder so verdächtig still Was da los Ja Ich bin gerade für Sterne schlecht Okay Danke Bäm Bäm Go 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 von hinten kommt keiner aufpasst ja So random Ab ihn Ja, vorsichtig ran Von T-Stone Wenn er defuser ist Hoffentlich Oh Gott Nein Nein! Oh, es tut mir leid, Jungs. Alles gut. Trotzdem. Soll man auf die Statistik gucken, bevor ihr hier die Fresse aufreißt, Alter. Der hat eine 6-7 KD. Da lache ich auch drüber. Please, Alter. Uh, Aris hat eine glasse 2er KD, wenn man die erstes nicht mitrechnet. Jo. Let's go, my brother. Glatt wie ein Baby-Pop-Pop. Den Fass. Sneaken, 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 sneaken. Hast du von deiner Position aus... Oh, Mann. Ja, du bist genau in meine Schussbahn gerannt. Alter, willst du mich verarschen? Ich war die ganze Zeit vor dir. Du bist in meine Schussbahn gerannt. Ist doch logisch, dass ich mich ein bisschen bewegen musste. Sonst will ich ja leicht... Aber immerhin habe ich einen mitgenommen. Ist doch auch in Ordnung. Ich nicht. Es steht 6 zu 4. Also bisher alles sehr, sehr ausgeglichen. Ich habe ein bisschen Angst um die Rückrunde, muss ich ganz ehrlich sagen. Wisst ihr, was ich einfach nicht verstehe? Ne? Die kleinen russischen Scheiß. Geben ja... Ah, da war ja! Aber, aber, aber! Ja, Alter. Das war so ein Scheeter-Leik. Vorsicht, dein Moment. Jo. Dein Topp. Mein geplänte Ente. Mein geplänte Ente. Ey, das war gerade wirklich sowas von dermaßen Scheeter-Leik, was ich hier gezeigt habe. Hallo! Ey, will er mich verarschen? Piss dich. Er hat zwei von T. Beide von T? Ja, beide von T. Was? Alter. So, das lief ja auch gar nicht mal so scheiße. Mach's gut, brauchst du einen Drop? So, wenn du was abgeben willst. Du spielst das doch gerne. Ja. Danke. Tschüss. Tschüss. I make a porno. Und ich bin die pornoente. Was, da ist noch einer. Oh, ich bin die pornoente. Oh, was für geil. Oh nein. Oh, schade, Alter. Schade. So geil gedacht, ne? Ohne Witz. Hat der gar nicht gescheckt, dass du auch am Stab bist, ey? Nee, hat der auch nicht. Oh, was ein Schwarz. Hat der auch nicht. Der hat mich dann jetzt geholt, ey. Scheiße. Oh, das, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Das wäre so geil gekommen. Mega. Ich hätte dir sowas von krass gegönnt, ey. Ohne Witz. So. Dann fängt man die halt mal ein bisschen auf A lang, ne? Äh, auf A einfach. Das ist ja nicht A lang. Das ist ja hier in dem Fall A, May. Oh, hau doch, ey. Also, ich flasche. Ja, Mama. Passt auf, ich bleib in der Mäh. Okay. Yellow ist was. Keine Ahnung. Äh, Bombe, was ist da los? Fuß. Beweg dich. Also. Wo? K? Mhm. Okay. ABP Power. Sollte unsere Runde werden. Nix, Mitte. Wahrscheinlich. Ja, alles cool. Ja, ist Mitte. Gut. Sollte unsere Runde werden hier. Waske, warte, 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 warte. Warte, lass den kommen. Der mit seiner Pimmelarbeit kann mich mal kreuzweise am Arsch lecken. Kommt zurück, komm zurück, komm zurück. Okay, Abo. Gleich. Oh, alter Masken. Ganz ehrlich, wir haben Abo. Du bist auch bescheuert, ne? Ganz ehrlich. Du hast doch Geld, oder nicht? Wo bist denn du? Du Trollometer. Hier. Wie sagt man? Danke. Bitte. Jetzt muss ich mir noch meine kleinen Enten hier vernünftig herziehen, Alter. Was ist da los? Äh, eigentlich ist mein Dank, dass ich euch helfe zum Sieg. Willst du mich verarscheln? Als würdest du uns gerade carry on. Ey, also jetzt halt mal ein paar flachen, ne? Ich wollte es gerade sagen, wer ist Erster hier im Team? Also werdet ihr jetzt hier nicht hier zu melden? Mein Dank ist, dass ich euch verhilfe zum Sieg, Alter. Arroganter geht es mir nicht. Alter, leck mich. Ach, scheiße, ich habe die Bombe. Warum? Warum nicht? Weil es mich abfuckt. So. Main. Die Halt hat er gesagt. Also Main. Oh Gott. Einer ist Highway. Das war's, ne? Nein, danke, dass ich euch zum Sieg habe. Darauf komme ich jetzt überhaupt nicht nach. Außerdem habe ich gesagt, helfe. Nicht, dass ich für euch siege. Ja, 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 ja. Du knisterst wieder. Ja, ja, ich sehe es gerade. So. Jetzt ist weg. Was ne Scheiße. So, was macht Pömmchen? Oh. Diese russische Schwucht, der regt mich hart auf. Hab ich das schon mal erwähnt? Weiter, ohne Flashbank. Kollegen Tisch. Gut. Flashbank. Alter. Bitte. Ey, ab und zu geht es hier hart ab, ne? Ohne Witz. Wo Mitte? Äh, ist durch Mitte. Ja. Bei mir. Er hat nur noch 8 HP. Shit, das ist immer so geil, ey. Die Calls. Ist ja wieder on-fleek. Versuch mal, irgendwie auf B zu kommen. Oh. Ja, das ist nur noch der Russe. Ja. Ah, stimmt. BOMB! Wisst ihr Bescheid, ja? Er hat gerade gesagt, Go B fucking Karambit. Ach, der soll das Maul halten. Ich wollte nur sagen, er hat da wegen deinem Karambit. Ja, soll nicht rumheulen. 18, 8 KD, Alter. Wisst ihr Bescheid. Los, go! Also, wenn ich sage, Entertainment muss was gut machen, dann klappt's komischerweise. So, ich würde es vorziehen, dass ich B gehe, aber ich muss gucken, was die anderen machen. Weil wenn jetzt hier 10 Leute auf B rumpimmeln, lohnt sich's null. Einer mit auf B. Dankeschön. Sehr schön. Mitte. Nicht Bush. Rent Room, einer. Einer da oben. Einer da oben ist noch oben. Einer da oben ist noch unten. Hab ihn. Weiß. Easy. Easy peasy, Leute. Easy peasy. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. By the way. So, same again. Ich hoffe, die machen jetzt hier keine Faxen, Alter. Ohne Witz. Noch keine Faxen? Deploying Flashbang. Ja, war klar, dass wieder das kleine russische Scheißkind meint hier so eine Fickkacke zu machen. Oh, mit? Ja. Oh, Bombe ist arm. Bombe ist aber A oder nicht? Ja. Ja, dann heißt es secure the bomb. Oh, diese dreckige Hurensau. Oh, ich hab Zeit. Na, so ist nicht. Warum pushen wir? Er geht durch Mitte. Also, Mitte Gebäude. Meinst du Main? Ich denke, Main geht da. Da, ich. Perfekt. Haben wir. Läuft doch bei uns. Läuft. Let's move out. Also, bisher muss ich sagen, grundsolide Vorstellung. Mal los, Ätchen. Oh Gott. Jetzt hat meine Maus nicht so richtig gewollt. Es ist einer unterwegs B-Maske, aber nur einer und auch ohne Bombe. Vorsicht, Marschall hinter dir. Da kommt jetzt, äh, hat noch ein Anritt bekommen. Und noch Mitte. Wow. wow im not blue du kannst jetzt mal reinlassen du kleiner dämischer drecks russe was macht er denn? Halt deine Fresse, du dämlich auf Kamel fickendes Arschloch, du! Maske. Der Typ sagt die ganze Zeit, dass er ein Mut ist. Ja, dann mutet ihn doch einfach. Meine Fresse, ey. Mitte. Bombesmutter. Einfach solche Leute muten, ganz einfach. Gar nicht aufreaktieren, brauche ich nicht auf eine Plattform. Das Gegnerteam ist aber auch ordentlich, Wayne, Afghane, ganz ehrlich. Wir gehen zu dritt im Main und lassen sich eiskalt da wegrotzen. Lappen! Blit. Ja, Maske, das Knister müsste jetzt aber weg sein, ne, eigentlich? Ja, ja, Knistern ist weg. Ja, perfekt. Ich sehe das hier bei OBS. Wie der Sound ausschlägt. Dieses Knistern ist echt scheiße, Mann. Was? Ich hab nicht mehr. Nee, ich hab nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Ich hab auch nicht mehr gesehen. Ja, du hast das vor. Du hast es doch nicht mehr gesehen. Oh Mann. Ah, ne. Yo. Super. Dalecar ist einer aus dem Gegner-Team. Der hat eine Wettkampfstrafzeit. Das ist gut. Bombe ist in der Mitte. Nein. Bombe ist B. Bomb B. Bomb B. Go B. Ich weiß nicht, ob sie es hören. Keine Ahnung. Ist mir auch offen gestanden ziemlich egal, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Das gehört hier unten. Oh, defuse. AK, bitte safe mit der Maske. Oh. Was denn? Saved your car. Unser kleiner Lust-Tonnas. Ahem. So. Ich mach mal Mitte, weil irgendwie kommen die immer Mitte und... Ja, pass auf. Das ist einer, der drückt Headshots. Ja. Der heißt Ares. Nein. Ich hab noch zwölf HP. Komm mal. Keiner gedroppt. SP. Kombe SP. Okay. Das ist noch eine Mitte. Da sind zwei Mitte. Da sind zwei Mitte. Ich hatte 7 HP noch. Da sind wir auch klar. Smoke. Ich geh für's F. Ja, alles klar. Läuft doch. Einen wunderschönen guten Abend, Jessi! Hihi, hallo. Willkommen in so einem Livestream. Wir sehen gleich mit dem ersten Matchmaking durch bisher. Ich will nicht versprechen, aber es sieht gut aus. Ja, das erste, da haben die Gegner relativ schnell aufgegeben. Mit meinem Call? Gar keine 10 Minuten getroht. Auf jeden Fall. Bin ich froh, dass ich bei dem jetzt nicht dabei bin. Ich mag's halt nicht. Kann ich verstehen. Das ist A. Warum ist keiner von euch Pimmelbergern da am Start? Es ist G08 am Arsch. Ui, A ist wieder super motiviert. Ja, weil die Leute spielen sich ne Scheiße zusammen, dass ich mir denke, ja, ich hab die Bombe A lang. Haha. Guck mal, squeaky. Ich komm, lenke den weiter ab. Bis Main. Ja, ich weiß. Ey, du dünner Knecht. Was? 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 Komm bitte, AK saufen, bitte. Was? AK. Ich hab ne AUG, du Forel. Aros. Ja, und wenn dann, die nehm ich selber. Ne, zu spät. Meine Fresse, das spielt doch was anderes als AK, meine Güte. Ich kam nicht mal ran. Äh. Curse me, I love you. Let's go. Okay, da. Ich wollte zum Beispiel mal ganz kurz aussprechen. Incendiary. Flashbank. So, liebe Freunde. Aber lass die denn wieder. Wie er das wusste, einer! Okay, die Bombe liegt A lang. Deploying Flashbank. Geiles Denken, jo. Wie geil. Habt ihr nicht mal Lust, die Bombe zu saven, jo? Nein. Warum? Ja, weil die... Ist das wichtig? Ja, A lang und so, ne? Weil ich glaub mal hier unser Freund, äh... Cosmin macht's nicht mehr lang. Oh, komm, das holt ihr, das holt ihr noch. Das sieht gut für uns, Oscar. Jetzt sind zu oft, ist geil. Nebenbei noch fleißig Aufnahme. Nachdem jetzt, äh... Die letzten drei Matchbackings an die Wand gesammelt wurden, haben wir ja ein bisschen... Wiedergutmachung zu leisten. Und bisher... Bisher... Das sieht sogar sehr, sehr gut aus. Nein! Ich muss noch kurz was machen, das ist wichtig. Jo. Aber nicht zu lange kacken, ne? Haha, das ist was anderes, das ist wichtig. Mein Finger... Und die Hände bleiben über der Bettdecke. Jo. Oscar, kannst du mir bitte was droppen? Hehehe. Ich versuch mal ein bisschen Mitte mit ner AK zu safen, weil... Ähm, mit ner AK, mit ner Aabe. Weil so richtig viel Scheiße bauen, kann ich jetzt auch nicht mehr. Throwing fire. Oh, was macht der da? Throwing flashbang. B. B. B, 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 B. Bombe B. Oh, Bombe bewe microorgan, der kommt... Und wo? I. Geht's ein bisschen genauer Ist dort Ich bin fast abgedrückt, alter So, wir haben noch eine Minute Beziehungsweise die Gegner haben jetzt noch eine Minute, uns aufzuhalten Ich bin mal gespannt, ob sie es schaffen Ja, soll das helfen Ich würde mir den Arsch ablachen Oh Gott Oh, das war dämlich Das war von mir echt dämlich Nice Ladies and gentlemen, wieder Gutmachung ist erfolgt Wir haben 16 zu 8 gewonnen Ich habe tatsache den Platz 1 eingenommen Oh geil, ich bin sogar drunter Herzlichen Glückwunsch Und sage Und noch einen wunderschönen Tag Ciao Ciao Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wo ist das? Das war就是, wir ist das Oh Gott Und ich bin Ticker 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 Vielen Dank.